malzeit youtube und herzlich willkommen zu einer weiteren folge formel 1 mit dabei sind kevin deklaas dodo und meine wenigkeit und felix wenn man eine ganze season mit regeln machen ein käse ja und was ist das für eine boxen auswort lang ist die denn dann ist eine halbe minute oder so alter vater oh gott das ist damit hier gelosene klasse das kann nicht wahr sein das kann nicht was russell steht auf der strecke aber mike hat gerade einfach ideallinie fahren können der hat mich gegen die wand gedrückt und hat sich selbst kaputt gemacht ja mir geht es besser ich muss auch in die box meiner mein frontflügel ist komplett weg hast du zeit dann lasse ich wo steht die aktuelle glaube ich weiter ich war keine zeit gefahren wasser hat mich jetzt fast zerstört ja wenn du hast du dann blick weg umbisschen weiter vorne noch wo rein kevin ja die straße war wahrscheinlich scheinbar glatt auf die straße weg gerutscht ja warum hast du denn auch sommer reifen drauf jetzt sommer ist heiße oder musst du bremsen ja ich habe gebremst ich wollte aber in dir vorbeiziehen muss ich ein bisschen aber alles gut online was für euch gerne aber kevin du hast gut reagiert bist du gezogen ja ich bin zu spät auf die bremse weil ich halt wollte nicht aufgeben ja einer von uns beiden hätte zerfetzt ich hätte vor dich geschossen oder ich bin in dir seine seite wahrscheinlich ich brauche leider die punkte gegen mike du brauchst ja nicht ganz auch mal gehen ich habe blitze sieben gegönnt ich mein dodo könnte ja ja machen nicht so ein anderen günstig was willst du mir ist von lieber die gönnt ach ja ich schwitze mir ist so warm ja ja mein pc tut doch gerade wirklich alles was was er kann also ich könnte danach gleich noch mal duschen gehen ich bin jetzt in so einen so ein neubau hat so ein reicher reicher futzi hat da gebaut riesen klopper am haus hingebaut mit sechs parteien wohnung wir haben vor zwei wochen den estrich gemacht und die sind jetzt gerade am hochheizen also mein t-shirt war in der frühstückpause komplett durch konnte ich eben mal in der frühstückpause ausziehen und ausbringen nur noch 30 und ja ja habe ich kurve zu eng genommen aber hey deine ersten strafe der erste strafzeit ja 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 da bin ich aber direkt gestorben das zählt nicht das war beides wegen rassel war so war so er hat geross das war mir bildet sich schon leicht arschwasser ja ich muss mich gleich mal einstellen das ist das bein runterläuft ja das ist wenn der sack am oberchenkel klebt ich möchte wissen wie oft der deutschen gemacht hat ja mike wann fahren wir dann rein ochtet dauert noch gerade mal 30 prozent nachkommen niemals ich habe fast ich habe ich habe ich habe hinten 32 und vorne 33 ja vernünftiges fahren du kannst sowas von nicht ernst bleiben doch du glaubst ja immer noch so lange noch so lange bis ende haben wir den runden meinst du ja ihr wolltet das so du hast ausgelost deine schuld abgestimmt demokratie hat noch zwölf runden mark ja froh dass wir kein langes rennen nehmen voller streckenlänge ja das wäre der auch gar nicht 60 runden alles kann hier ein bisschen musik genau ja verstehe jetzt nicht wie gesagt unterhaltung pur hier kein grisch kein gepiepe großartig ab und zu ja weil alex nicht dabei ist du vergrüßt das gelückel zu deinem hintermann um etwa bin ich mal gespannt ob er das reinschneidet wie du das sagst das wird sowas von nicht drin sein er müsste sich ja das ganze video anhören ja ich kann mir vorstellen dass er sich das zweite noch mal ganz genau anhört um zu gucken ob was gegen gesagt wurde alex du bist kacke jetzt wird auf jeden fall stopp und würden kakaofen bei dodo aufmachen oder wird ein kommentar drüber legen ich habe jetzt gleich chris raus ich sehe dazu und erholt jahren schon auch bei dir ja ich war aber hier ein aber ich war ganz normal aber seit drei runden eine mache ich einfach sein frontflügel kaputt alles gut jetzt schon wieder eine gerade und ich drehe mich so wie lange muss noch arbeiten man wieder frei ich arbeite morgen habt ihr jetzt nicht verstanden ich arbeite morgen noch und habe donnerstag frei und wieder frei ja weil die woche noch hat dann zwei wochen oder bist du zwei wochen nicht da michael ja auch nicht michael war noch nie da also von daher doch sie fährt der kraft hinter chris oder kristoff er stirbt aber doch nicht ich bin kaputt ich will nicht sagen dass das die kamerschelle ist aber doch du machst das ja ich habe und flügel komplett unterboden ist auch kaputt ich bin auch die malen okay alles klar ach kevin gelbe schlage tschuldigung oh da ist latifi das war mein reifen weiß nicht was ist immer so toll der unterboden wurde ein bisschen beschädigt halt vorsichtig und michael hat kämpft ey nicht mich nicht mich oh Dodo was Dodo ist weg warte ne da ist er wieder auf lol du musst den Platz vergeben das überholmanöver war regelwidrig ok hier ist jeff du musst mit dem schneiden der kurven aufhören sonst verpasst dir die renneleitung eine strafe oh michael hat Dodo überholt ach danke ja danke michael aber beide haben wir uns verkeilt michael sieht kaputt aus solange sie da vorne fährt ja ich aber auch verkeilt verkeilt ja ich will die aufnahme sehen ich habe mich um einen platz also Dodo hat angefangen so wie du dich bei mir gewährt hast ja genau ach danke zu Nodo ach komm das war's ach ach punkte galsli ich guck mich, ob das Dodo gewohnt ist 7 ach die 7 dann wir bedanken uns haut rein bis zum nächsten mal